Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pan's Quest. Okay, ich habe es mal nachgeschaut. Also das Passwort ist When Will It Ends. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwo steht oder ob es einfach die... When Will It Ends oder When Will It Ends? When Will It Ends müsste es sein. Oder auch nicht. Mich vertippt. Nö, eigentlich nicht. The Frog? This is fine. Hm. Wart mal, ähm... Ist es vielleicht dahinter? Ah, okay, okay, okay. Ich habe die übersehen. Ja. Okay, alles klar. Gut, dann macht das, wie ich sind. Hätte ich vielleicht die Tür vorher mal zumachen sollen. Wahrscheinlich kann ich es jetzt dann auch nutzen. Okay, cool. Dann schauen wir doch mal. Äh, Subscription. Hm. Rubies, ja, ja, die klassische YouTube-Dunks. Nur acht Minuten gebraucht bisher. Richtig schnell. Zumindest ingame. Hm, ja. Äh, das ist schon mal da. Weather Defense Force. Okay. Das sieht jetzt nicht so sinnvoll aus. Aber gut. Ah, guck mal. Ähm. Mit der Konferenz. Das ist in irgendeinem Buch drin. Okay. Danke. Das ist doch schon mal ganz gut zu wissen. Ähm. Davies, Davies, Davies. Ne, David Davies, ja. Irgendjemand hat für sein Geld gekriegt. Kennt man. Hey, und wir haben, äh. Da habe ich so viel Pizza gekauft haben. Cool. Ähm. 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 Ja. Ne, Pink. Hast du eigentlich irgendwas, was bei dir rund gelaufen ist, Kollege? Ähm. So. Da noch Schönes. Irgendwas mit Seife. Eventuell ne, äh. Anspielung, oder? Aufs, ähm. Fight Club. Ich glaube, da wäre hier erstmal nix. Ähm. Antworten können. Reicht's schon, wenn wir einfach stop sending mir jetzt. Ja. Das ist leider ein großes Problem. Okay. War's das? Haben wir hier noch irgendwas drin? Nein. Hm. Genau. Okay, soweit. Sat. Bla, blup. Hm. Solsoft. Bitbytes. Sehr gut. Ja, richtig. Obwohl. Ich glaube, wir fahren den ganz runter. So. Jetzt geht's. Ähm. Damit hätten wir die Sachen mit den E-Mails erledigt, ne? Okay. Gut. Dann brauchen wir jetzt noch die... Das Buch. Ähm. Welches Buch hat uns denn was bedeutet? Ausmachen. Ähm. Ähm. Die Liefelstaden. Fällt mir da irgendwas ein? Hm. Ähm. Oder wir gehen die vielleicht einfach mal durch. Apartments. Get your life together vielleicht. Hm. Is that a tower? Ah, das ist ein Spiel. Ah, das ist ein Spieler. Okay. Cool. Teufel. Negative Telemarkter. Cool. Hm. Ah, hier haben wir's. Okay. Da haben wir's. Okay. Dann nehmen wir das doch mal mit. Ähm. Okay. Power. Dann... Das... Das nicht. Und... Okay. Das ist leider nicht nur ein Programm. Mhm. Ich hoffe mal, der Wäschdrückner ist nicht genauso kompliziert zu bedienen. Okay. Also. Fangen wir mal an. Power. Hallo. Dann hat man, glaub ich, das als nächstes. Dann das. Hm. Hör dich mal noch mit. Dann die beiden. Ähm. So. So. Ich war erfolgreich. Cool. Wundert mich zwar, aber hey. Gut. Kann man hier mal gerade wieder ein bisschen... Sehr gut. Alles ein bisschen ordentlich hinterlassen. Dankeschön. Jetzt haben wir einmal nasse Hosen. So. Aber zumindest sind sie hoffentlich sauber. Ne? Okay. Ja. Gut. Können wir den einfach anschalten? Das sieht etwas besser aus. Okay. Ja. Da geht dann jetzt halt... Fliegt die Sicherung raus. Also müssen wir doch nach unten. Ich glaub, ich bin jetzt echt... Ah, das kriegen wir hin. Komm. Ah, ich einfach im dunklen hier sitzen bleibe. Kommt jemand mich holen. Und bringt mir Hosen. Juhu. Ach ja. Wer hat sich das nicht schon gedacht? Wer hat sich das nicht schon gedacht? Ja gut. Sicherung ist ja einfach nur wieder rein... ...packen. Das ist ja eigentlich kein Problem. Das ist ja eigentlich kein Problem. So. Mhm. Aber müssen wir da irgendwas... ...reinpacken? Katzenfutter vielleicht. Hm. Okay. Ja, genau. Na gut. Das ist... ...klar Problem. Aber das sind halt keine... ...keine Sicherungsprobleme. Oder es ist ja Sicherheitsbeamte. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich lasse dich einfach... ...alles umschmeißen. Ja, es kommt halt schon... ...ja, der, der, der... Okay, Hallway ist mein Kitchen. Okay. Ähm... ...theoretisch... ...ja... ...ja... ...ah, okay. Theoretisch brauchen wir einfach nur das Bad, oder? Müssen wir jetzt eigentlich nur das Bad aktivieren? Hm. Was wird das wieder zurückpacken? Was wird das wieder zurückpacken? Hm. Das ist ja schon viel zu viel, ne? Ja. Ähm... ...ah, oder wir müssen halt alles aktivieren. Okay. Juhu. So. Ja, vielleicht sollten wir es nicht beschwören. Da hast du recht. So viel, wie jetzt schon schiefgelaufen ist... ...ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Oh ja, genau. Dann muss halt nicht arbeiten gehen. Hat alles seine Vorteile, mein Lieber. Hat alles seine Vorteile. So. Das können wir dann wieder ausmachen. Keine Batterien verspenden. Mau. So. Ähm. Dann stellen wir dich nochmal an. Ich hoffe, jetzt passt es. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich das sinnvollste sein. Bis zum nächsten Mal. Da ist das nicht der Zoll. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber da ist das nicht. Ja, ich weiß nicht. Nichts, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Na. Ja, ja, die morgendliche Depressionen oder Zweifel. Aber gut, kennt man, es gibt halt so Tage, wo da wirklich alles schief läuft. Hatte ich neulich auch mal wieder. Danach wird es aber wieder besser, von daher, das Leben geht ja weiter. Nimm mal die Katze mit, weil ich weiß, was da alles noch passiert. Okay, ich glaube, wir haben es fertig. Gut, wir haben, da, 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 Mau, Hosen. Ah, so, genau. Genau, es klappt noch morgen, ich weiß nicht, wie viel Zeit hier vergangen ist. Halbstunde vielleicht, also im Spiel. Naja, stimmt, wenn ihr es mal schafft, morgens die Hose anzuziehen, dann könnt ihr alles schaffen. So, haben wir alles, genau. Kaffee haben wir. Toast hatten wir. Flüssel haben wir eingesteckt, mhm. Ja. Ternschrei. Oh. Keiner kommt, okay. Frag nicht. Frag einfach nicht. Mhm, genau. Genau. Ah, da gibt es noch ein Retailing, sehr schön. Ah, das Problem mit den Waschmaschinen, genau. Schlüssel hatten wir, genau, dann. Wie gesagt, alles irgendwie ins Schiefgelaufen, was schiefgelaufen kann. Ach, na toll. Ach, na toll. So, geht hier. So, geht hier was frühstücken oder so? Genau, ja, hat ja alles geklappt am Ende. Ich glaube, die beiden ziehen sich dann doch ganz gut an. Geht hier. Ja, ne, genau. Geht hier noch irgendwo hin? Genau. Genau. Das ist doch eine gute Idee. Dann hat hier doch noch alles funktioniert. Super. So. Ja. Was für ein Tag. Ich hätte vielleicht noch ein Regenschirm mitnehmen sollen, ne? Oh, ne, Jacke. Aber cool, dann haben wir jetzt, äh, das erste Tue ich geschafft. Es gibt allerdings noch ein New Game Plus, habe ich gesehen. Ähm, von daher, wo es dann auch die restlichen Chiefments noch gibt. Würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge mal. Ähm, auf jeden Fall, es hat eine Menge Spaß gemacht. Sehr witzig. War eine gute Empfehlung, Schwesterchen. Und, ähm, genau. Dann schauen wir uns morgen mal das New Game Plus an. Mal gucken, was uns da noch alles erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und, ciao, ciao.